Warum? 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 Warum hätt Schotten keine Hose? Wenn das, was schlusset, musst du jetzt losen. Der König der Schotten sagt zu seiner Kotte, mein Kampfstil ist ein Seige, am Findnis für die Letze zeigen. Doch bis die Hose gingen ist die Schlacht schon längst vorbei. Da seht die Gotte zum König der Schotten, das geht viel zu Lampas, auf du Flock. Die Lösung ist der Schottenrock, das ist der Schottenrock, 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 Schottenrock. Jeder Kind hat den Schock, wenn du lüpfst, der Schottenrock, der Schottenrock, der Schottenrock, der Schottenrock. Geht der Schott im Rock katschocken, lüpfst, der Schottenrock. 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 Der König der Schotten sagt zu seiner Gotte, weil mein Macht drückt, will mir den Kampf nicht mehr glücken. Die Hose zängt, das ist schlimm, der Wind lacht über meine höhe Stimme. Da sei die Gotte zum König der Schotten, du brauchst mehr Platz, pass auf, du Flock. Die Lösung ist der Schottenrock, das ist der Schottenrock, 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 Schottenrock. Auf dich, den Stress, hast du keinen Bock. Die Lösung ist der Schottenrock, der Schottenrock, der Schottenrock, hat der Schottenrock, das ist gross, es passt in keine Schottenhose. Schottenrock. Hat der Schottenrock braune Fransen, hat der dünn pfiff, fiese Panse. Schottenrock. Schottenrock. Ein guter Schot hat 14 Liter. One, two, three, four. All the girls have a shock when you love the Schottenrock. All the guys do frohlock when you love the Schottenrock. When it is a windy day, you can see the Schottenay. Schottenrock. 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 Ist es etwas blöd, wenn ich es fragen muss, aber habt ihr etwas darunter? Es ist etwas blöd, dass ich es sagen muss. Das sagen wir natürlich nicht. Nein. Die müssen es nicht sagen. Die müssen es zeigen. Wir machen nicht alles für einen Erfolg. Ja. Uh. Willberist. Ähm. Musikalisch, wir konnten mitlesen, war das wirklich eine grosse Klasse. Äh. Susanne. Ich habe wieder viel gelernt über die Männer und ihre Probleme. Danke vielmals. Danke vielmals. Ihr habt mich etwas aufgeklärt. Nein, ich fand es super. Und ihr habt sehr schön gesungen. Ja. Also, ich bin ziemlich Fan von euch. Super. Super. Schau mal. Schau mal. Eine Frage. Ist das die erste Flasche, die wir heute trinken, oder habe ich schon ein paar Flaschen getrunken? Ja. Die erste. Es ist tatsächlich die erste Flasche, die wir vor dir hingen, in den ersten 5000, sind sehr streng hier. Ach so. Ja, okay. Wir wissen es. Ach so. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin Fan. Ich frage aber dann noch die Experten dorthin. Ähm. Komm, wir fangen gleich an. Blick. Magst du etwas sagen? Freunde. Ich finde es mega lustig. Ich könnte mich auch jederzeit gerne einladen, um eins zu trinken. Mit euch mit uns trinke ich sehr gerne eins. Aber ich muss euch ein Nein geben. Für das Finale lange ist es leider nicht. das wirn ... Susanne. Also ein Ja. Mir gefällen die Röcken sehr, sehr gut. Ja. Absolut. Ähm. Dreimal Ja. Danke für mich. Danke für dich. Danke fürs Junge. Danke fürs Junge.